Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lost Judgment. Beim letzten Mal haben wir Ehara ein bisschen befragt. Wobei wir wirklich nicht so viel aus ihm rausbekommen haben. Sind jetzt aber immer noch in Kamerutsche unterwegs und Ja, sind gerade dabei. Noch ein paar Nebenquests erledigen. Hier ist noch eine und Das macht mir Angst Hi Oh, was so. Was ist das alles? Sanfee haben wir auch auf jeden Fall schon im ersten Teil oder so gesehen. Oder irgendwann haben wir das schon mal gesehen jedenfalls. Darum ist der Park auf Chatter in aller Munde. Oh, im Ernst. Was soll er hat das zu bedeuten? Oh, Verzeihung. Ich muss mich für die Unordnung hier entschuldigen. Wie bitte? Das hier im Park mit all diesen Kostümen ende. Ich bin so ein Versager. Und du bist. Oh, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Ich bin Murai. Leiter der städtischen Nachbarschaftsförderung. Ich verhalte diese Kostüme für Events an Teilzeitkräfte. Es geht um die Sensibilisierung der Öffentlichkeit, Bildung und so weiter. Was hat das mit Bildung zu tun? Und Sensibilisierung der Öffentlichkeit? Du arbeitest für ein städtisches Förderungsprogramm? Interessant. Ich bin Jagami. Ich arbeite hier als Detektiv. Sagtest du, all diese Kostüme gehören zu dir? Nun, jedenfalls ist es meine Schuld, dass sie hier gelandet sind. Heute starten wir eine neue Aktion. Es geht darum, ein freundlicheres und friedlicheres Kamerutscho zu fördern. Was does that mean? Oh, das klingt schön. Auch wenn ich dann weniger Arbeit hätte. Was steht euch das so vor? Ich meine, wir haben jetzt schon kaum noch Arbeit hier in Kamerutscho. Von daher, was soll das schon heißen? Erinnert eh nichts mehr. Gegen Kundenfänger und Scouts vorzugehen, Bürgern in Not zu helfen, alles, was unser öffentliches Ansehen verbessert, ohne zu riskant zu sein. Da es heute losgehen soll, habe ich alle Kostüme vorbereitet. Da bemerkte ich, dass ich sie nirgendwo lagern kann. Ich fragte bei allen ansässigen Lageranbietern an, doch es war zu kurzfristig. Mein letzter Ausweg war dieser Ort, den ich als unseren Startpunkt angemeldet habe. Wenn ich mich so umsehe, war das keine gute Idee. Wow, ja, ich muss zugeben, dass dieser Ort noch nicht so chaotisch aussah. Ah, und das, obwohl die ja sonst immer aufdachlose sind, von daher. Wir haben es vor ein paar Jahren eingeführt. Ich hoffe, sein Name würde sich herumsprechen. Ja, ich glaube, ich glaube, ich habe das in Jakusa 7 gesehen. Ich glaube, das war gar nicht in Judgment. Das war in Jakusa 7, glaube ich. Oh Mist, wie heißt es noch? Ich habe es auf Chatter gesehen. Es ist nicht Onomichio, das weiß ich. Kamulop. Oh, das stimmt. Du kennst es. Was für eine Erleichterung. Also es ist der Racker, der davon träumt, Kamerutscho zu einem hoppeligeren Ort für alle zu machen, weil er ein Hoppelhase ist. Wow, naja, warum auch nicht? Ach, ich muss los. Lass mich nur rasch in eins von diesen hineinschlüpfen. Oh, okay, klar. Wo geht es jetzt? Damit, los. Tja, Jakamisan, ich bin nochmal weg. Wenn Kamulop unterwegs ist, sollten die Tunichtsgute von Kamerutscho die Ohren spitzen. Okay. Was ist mit den restlichen Kostümen? Soll ich auch eins anziehen oder? Moment. Will er so angezogen wirklich in den Straßen für Ordnung sorgen? Oh ja, hoffentlich weiß er, was er tut. Ist da jemand drin? Hm? Hat jemand was gesagt? Hat er ein... Hat er irgendjemanden in einem Kostüm versteckt? Ist jemand drin? Aber in welchem? Ja, ich dachte, ich hatte gerade schon der Geräuschverstärker. Kann da wohl bildlich sein. Hallo. Hallo. Das ist es nicht. Aber das könnte es sein, oder das? Ich kann es hören. Da ist es. Ich kann es hören. Die Stimme kommt aus diesem Kostüm. Wir öffnen dieses Ding. Entschuldigung. Ähm. Bitte geben wir meinen Kopf zurück. In Ordnung. Tut mir leid. Hier ist nur den Kopf zurück. Viel Spaß damit. Warte mal. Was? Warum? Du bist beinahe ohnmächtig geworden. Du kommst wieder ab? Hey. Im Ernst? Geht es dir gut? Sollte ich zumindest kurz ausruhen? Bitte sprich nicht mit mir. Gib mir einfach den Kopf. Seltsam. Sie gibt sich wohl erst zufrieden, wenn ich in den Kopf zurückgebe. Schön. Hörst deinen Kopf. Also warum steckst du in einem von diesen Dingern? Seit dem Morgen war ich überall unterwegs. Und als ich hier an unserem Treffpunkt meine Pause einlegen wollte, bemerkte ich, dass der Reißverschluss kaputt ist. Ich kriege ihn nicht auf. Ich wollte es gerade sagen. Nicht, dass wir das Teil nicht abbekommen, weil der Reißverschluss noch fest setzt. Ich meine, wir bekommen halt zumindest den Kopf ab. Nur den Rest nicht. Ich habe mich nämlich sehr an 428 Shibuya Scrambler erinnert. Weil da gibt es auch einen Charakter, der in einem Maskottchenkostüm ist und da nicht rauskommt, weil der Reißverschluss kaputt ist. Deswegen sieht man den Charakter erst nach der Hälfte des Spiels oder so gefühlt. Keine Ahnung. Woher weiß man nicht, wer da drin ist? Uh, mysteriös. Ich steck schon den ganzen Tag in diesem Ding. Warum hast du denn niemanden um Hilfe gebeten? Ah, lieber sterbe ich. Mein Kopf drückt mich um. Wenn sie den ganzen Tag so unterwegs ist, könnte sie selbst im Winter eine Hitze-Stacke leiden. Sollte Wasser bringen. Soll ich jetzt wirklich Wasser holen gehen? Also so richtig. Okay, äh. Meinetwegen, wo kann ich Wasser holen? Hier vielleicht? Das ist ein Popo. Ja, Popo hat auf jeden Fall Wasser im Angebot. Da gehe ich von aus. Oh, ich bin jetzt so schnell. Das ist ja so geil. Kannst auch wieder absteigen. Ähm, genau. Ich glaube, ich muss in R1 absteigen. Ich probiere es gleich mal auf dem Rückweg. Hallo. Gibt es hier gar nichts mehr, äh, was ich bekomme, wenn ich so viele Sachen kaufe? Es gibt ja kein Wasser, oder? Gibt es hier kein Wasser? Doch, da haben wir Mineralwasser. Puh. Ich wollte schon sagen, sonst nichts, was ich, äh, stark gebrauchen kann, jetzt sofort. Ich mach das halt auch ein bisschen, ne? Köstliche Tomate, okay, ey. Alles gut. Ja, die Mechanik wurde auch rausgenommen, ne? Im ersten Judgment gab es ja noch dieses, keine Ahnung, dass man sich automatisch mit den Verkäufern mal angefreundet hat. Wenn man, ja, bei denen eingekauft hat und sowas. Fand ich auch ein bisschen seltsam. Aber, gibt es jetzt auch nicht mehr. Ich soll dich beeilen und diese Mädchen mit Maskottchenkostüm Wasser bringen. Hier, hier. Magst du haben. Hey. Ah, so kalt, so gut. Geht es jetzt besser? Ah. Jetzt wieder auf. Warum versteckst du dich denn von mir? Kann sie nur reden, wenn sie in dem Kostüm steckt. Oh, ist es das? Fühlen furchtbar, störe ich da an. Augenkontakt ist nichts für mich. Auch nicht bei der Arbeit. Kunden, Kollegen. I guess so. Das verstehe ich. Einen Job ohne Blicke unter Gesicht, schwer zu finden. Aber der ist perfekt. So lange ich in Kamelop stecke, kann ich mit jedem reden, ohne ihm in die Augen zu blicken. Das ist tatsächlich großartig, weil ich habe tatsächlich auch ein Cosplay. Und das ist auch ein Cosplay, wo ich so einen großen Kopf aufhabe. Deswegen sehe ich da nicht mehr so wirklich was. Und Leute sehen mich vor allem auch nicht. So nicht mehr ganz großartig. Aber weniger wegen des Redens mit Leuten. Damit, also ich habe allgemein Probleme mit Leuten reden. Ja, aber da hilft mir der Kopf jetzt auch nicht wirklich weiter. Ich mag nur gerne, dass wenn Leute Fotos mit mir machen wollen, dass ich damit kein Problem habe. Weil ich kann, ich weiß nicht, wie man auf Fotos guckt. Ich kann das wirklich nicht. Ich hasse Fotos so sehr. Letztes Mal, dass ich irgendein Foto von mir brauchte, habe ich einfach ein Video von mir aufgenommen und dann versucht, einen passenden Screenshot zu finden. Das war leichter, als wirklich einfach ein Foto von mir zu machen. Keine Ahnung, ich kann das gar nicht. Äh, ja, deswegen finde ich das ganz angenehm. Äh, verstehe ich auf jeden Fall. Prinzipiell gut ist eine gute Motivation, um so einen Job zu vergesst. Ähm. Ein Problem, aber Moment mal, wenn das so ist, warum hast du dann im Kostüm nicht immer Hilfe gerufen? Vielleicht hätte dein Chef oder jemand anderes mit dir, mit dem Reifverschluss helfen können. Das wäre mir einfach zu peinlich. Wenn mir jemand hilft, würden wir uns bloß gegenseitig anstarren. Ich kann, ich kann das einfach nicht. Das ist ein Kart. Oh mein Gott, ich muss zurück an die Arbeit. Ich will nicht gefeuert werden. Bis dann. Auf Wiedersehen. Ich darf diesen Job nicht verlieren. Es hat so lange gedauert, bis... Ich glaube, das ist keine gute Idee, tatsächlich. Ich muss los. Ich muss... Schlossland mangelt sie nicht. Auch momentan ist sie nicht fit genug, um auf der Straße als Muskottchen zu arbeiten. Aktion zählt darauf, das Ansehen des Viertels zu verbessern, oder? Darum kann ich mich kümmern, während du dich ausruhst. Darf ich das halt anziehen? Das würdest du für mich tun? Aber warum? Ich kann einen Fremden nicht einfach darum bitten, für mich zu arbeiten. Warum heisst du mich da nicht an? Ja. Ja, ich arbeite hier als Detektiv. Ich weiß nicht, ob das der Job eines Detektivs ist, sowas zu tun. Ich unnimm alle möglichen Fälle, von Ehebrechern bis zu entlaufenden Katzen. Du hilfst also den Leuten. Verstehe. Wenn du mich anheuerst, sorge ich dafür, dass dich niemand mehr erfeuert. Zumindest nicht heute. Nicht übel, oder? Ich sag das nur, weil du gerade nicht unbedingt in deinem Kostüm unterwegs sein solltest. Und diese Aktion klingt ziemlich anstrengend. Da hast du recht. Ich verstehe schon. Es sah wirklich nichts aus, für mich einzuspringen? Absolut nicht. Miss, ähm... Minato. Minato-Todo. Minato-chan. Absolut nicht, Minato-chan. Jetzt soll ich loslegen. Ruhe dich gut aus. In Ordnung? In Ordnung, danke. Du musst dir sofort gehen, Yagami-san. Nimm dir Zeit, wenn nötig. Nein, sofort los. Ja. Bin ich beschäftigt. Wow. Das finde ich großartig. Das finde ich viel besser als Ono Michio. Tatsächlich noch. Es ist nur... für die Arbeit. Schon in Ordnung. Minato-chan. Sonst würde ich ausruhen. Mit einem Hitzeschlag ist nicht zu spaßen. Stimmt, also, ähm... Du musst. Au. Er ist weg. Ja, vielleicht sollten wir, ähm... Wissen, was wir tun sollen, überhaupt. Und wie kommst du da nicht raus? Du bist doch nur so mit deinen Beinen drin, überhaupt. Brauchst du doch nicht mal den Reißverscher zu eröffnen. Hm. So haben sie doch was anstrengender als gedacht. Man sehen kann man so... So auch nicht gut. Die Leute in diesen Dingern haben meinen Respekt. Der Kopf ist besonders schlimm. Diese Fensterchen helfen kaum. Irgendwie so schnell wie möglich hinter uns. Ach ja. Wie laut überhaupt meine Aufgabe? Die Samurai meinte, sie wollen gegen Aufträge und nicht hier Kundenfänger und Scouts vorgehen. Und Leuten in Not helfen. Darauf sollte ich mich konzentrieren, damit Minato-chan ihren Job behält. Ja, das, ähm... Oh, ich sehe wirklich nichts. Schlagfohrer erhalten Stalker. Das ging ja schnell. Hallo. Wie geht es euch? Oh, bist du aber hübsch. Du kommst sicher groß raus. Du könntest sogar unser Nummer 1 Mädchen sein. Ich mein's ernst. Tut mir leid, ich bin in Eile. Hey, hör mir das zu. Ich muss bloß mit ein paar Typen was trinken, dann klingelt die Kasse. Klingelt sie super? So, alles gleich hier. Komm schon, auf geht's. Bitte lassen sie mich los. Ein hofflinglicher Scout. Genau das, was Kamelob laut Murray-Sund bekämpfen will. Was soll ich in diesem Aufzug dagegen unternehmen? Kämpfen! Hey. Du da. Scouten, der Schurke. Was? Sag ein falscher Hase. Lass diese Dame in Ruhe. Oh je. Vielleicht sollte ich doch lieber keine Rolle spielen. Naja, egal. Jedenfalls lasse ich nicht zu, dass du diese Frau mitschleibst. Letzte Warnung, lass sie gehen. Ach, du kannst mir gar nichts. Lieber Ballons an Kinder. Verpiss dich endlich. Wow. Hoppel die Ob. Kannst du wieder aufstehen? Oh ja, kannst du. Schau, was bist du für ein Ding? Lass die Leute in Ruhe, wenn du nicht noch mehr willst. Ich bin kein Ding. Ich bin der Hase, der Kamelob aus einem hoppeligeren Ort für alle macht. Kamelob. Ich kann dich nur gegen dich verlieren. Hey je. Ich bin, wie gesagt, so etwas Gutes. Wie lange hält ich das nicht mehr aus? Ähm, danke. Du hast mich echt gerettet. Ich hatte solche Angst. Kein Thema. Bitte pass auf dich auf. Es sind noch mehr Typen wie den. Gut, das werde ich. Mach weiter so. So, Kamelobbekun. Selber schwebte Muray-san wohl vor. Vielleicht. Diesem Aufzug werde ich extrem unterschätzt. Und habe das Überraschungselement auf meiner Seite. Tja, dann mach ich mal weiter. Das ist wohl wahr. Das ist wohl ein Vorteil davon. Also, will noch jemand? Was ist hier vorne los, ja? Keine Tickets bekommen? Da kann ich leider nicht mit helfen. Na, bei euch hat das in Ordnung. Was ist hier vorne los? Ah, immer mehr von diesen RK-Typen. Jaja, die sind ja auch nicht gut. Mit denen ist nicht gut Kirschen essen, habe ich gehört. Was ist hier vorne? Der sieht doch nach einem Gangster aus, ja? Komm schon, Alter. Mal kurz reingucken. Mach bloß 5000, Mann. Wir haben jede Menge süße Schnecken zur Auswahl. Was meinst du? Nee, ich. Kein Interesse, danke. Nee, hast du das ever eilig? Wenn nicht, schau mal kurz rein. Wenn es dir gefällt, kannst du wieder gehen. Äh, ich... Hm. Besonders aufdringlicher Kundenfänger. Vielleicht soll ich einschreiten. Ja, einschreiten. Hey. Hey. Was ist dein Problem? Bist du schwer ruhig? Ich meinte, du sollst in Ruhe lassen. Weh. Was zur... Kamulop. Was mein Problem ist. Du störst mich bei der Arbeit. Also schnapp dir deinen dämlichen Hut und dein dämliches Grinsen. Verpiss dich, gefälligst. Boah. Guck dir in Sequenz. Bäh. Ich angreife. Wie sieht es hiermit aus? Gah. Was bist du überhaupt? Nötigung und Gewalt gegen der Stadtteil Miss Kottien. Sei lieber froh, dass ich dich in Handschellen ab... Nicht in Handschellen abführe. Okay. Tut mir leid. Tut mir leid. Oh, vielen Dank. Wenn ich da reingegangen hätte, meine Frau mich umgebracht, wenn sie davon erfahren hätte. Ja. Äh. Warum solltest du sowas noch tun? Wäre verrückt. So, da hinten habe ich noch einen Sprechblaser auf jeden Fall gesehen. Auf der anderen Seite. Klar kann ich wohl gerade nicht gehen. Na gut. Dann gehe ich halt langsam hier dran vorbei. Ganz langsam und vorsichtig. Ich hoffe, hier ist auch irgendwas los. Ich habe mich nicht vertan. Ich glaube, das Kind da. Bist du ganz alleine? Ah, mein Ballon. Oh nein. Wenn ich schnell bin, dann wünsche ich ihn noch. Äh. Nein. Was? Das Kind ignorieren? Was? Ich habe gar nicht verstanden, was das für eine Auswahl gerade war. Was war das? Oh, das kann ich doch nicht ignorieren. Mann, oh. Ach, da hinten ist noch eine Sprechblase. Hallo. Was kann ich für sie tun? Marco-Chan, wo steckst du? Spielen wir was nicht? Ah, du hast mir einen Schrecken eingejagt. Oh, Verzeihung. Ich dachte nur, du könntest Hilfe gebrauchen. Mein Sohn ist verschunden. Ich fiel hier nicht weg, weil es jetzt zurückkommt. Darum konnte ich nicht nach ihm suchen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Verstehe. Ich werde ihn für dich suchen. Wie sieht er aus? Ich bin blau Schuhe und eine karierte Jacke. Blau Schuhe und eine karierte Jacke. Alles klar. Warte, aber hier. Ich schlage nur zwei Haken, dann ist er zurück. Das kriege ich hin. Zwei was? Weiß auch nicht. Weiß es wirklich nicht. Hallo. Blaue Schuhe, aber nicht kariert. Und glaube ich auch kein Junge. Ja, wahrscheinlich. Das da hinten. Karierte Jacke, aber nicht blaue Schuhe. Und da hinten sind ein Merkin. Ich weiß, dass die beiden Kinder unterwegs sind. Da hinten ist auch noch ein Kind. Du siehst kariert und blau aus. Aha. Ist das Junge vielleicht Mako-Chan? Das ist Mako-Chan, oder? Deine Mutter sorgt sich zu Tode. Ah, ah. Du hast mir einen Schrecken eingejagt. Oh, genau so hat seine Mutter reagiert. Die Beschreibung passt ebenfalls ganz häufig. Das ist Mako-Chan. Oh, stimmt. Meine Mama. Ich habe eine Ratte verfolgt, um sie zu streicheln da. Wo ist sie? Ich bringe dich zu ihr. Geht das in Ordnung? Okay, vielen Dank. Oh, gut, Can. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Tut mir leid. Vielen Dank, Kumolob-Sun. Du bist ja ein echter Lebensretter. Oh, war mein Vergnügen. Tschüss, Rattenmann. Ich bin keine Ratte. Eigentlich bin ich ein Haser. Egal. Hat er mir hinterher gejagt? Er hat doch gerade gesagt, er hat eine Ratte hinterher gejagt. Ich bin verwirrt. Na gut. Das war eine coole Quest. Das war eine sehr, sehr coole Quest. Wo ist Miner-Chan hin? Ist sie weg? Ist sie abgehauen? So oder so muss ich jetzt im Kostüm raus. Auf jeden Fall, ja. Ja, Gummy-san. Hä? Oh, da bist du ja noch. Oh. Warum schreist du so? Warum schreist du so? Warum trägst du immer noch das Kostüm? Weil ich ohne es nicht sprechen kann. Oh, das Mädchen. Tut mir wirklich leid. Geht das jetzt besser? Oh ja, danke dir sogar sehr. Wollen wir zu hören? Wir haben Theater Square für dich aktiv. Ein paar aufträgliche Scouter an eine Lektion erteilt. Kindern geholfen. In diesem Aufzug war das nicht so leicht. Du hast Lektionen erteilt? Oh, Jagami-san. So sehen wir uns wieder. Warum so aufgeregt? Oh, was unglaublich ist das passiert? Kamelop ist am Theater Square als echter Lokalheld aufgetreten. Er hat Scouter vertrieben, Kindern in Not geholfen. Sein Büro kann sich vor Anrufen kaum retten. Den Otto wollen Kamelop danken und sie fragen, wann er zurückkommt. Tutu-san war für den Theater Square eingeteilt. Also muss sie es gewesen sein. Ich frage mich, wo sie steckt. Oh, sie ist hier. Was? Also du hast wirklich alles getan, Tutu-san? Ah. Vielen herzlichen Dank. Du sollst bloß Feuer verteilen, aber hast dich echt so ertroffen. Großartig. Das wollte sie mir also in die Hand drücken. Ach ja. Hier ist ein Lund für heute. Und noch ein Bonus. Du hast sehr geholfen und Kamelop. Allerdings wird es jetzt nicht leichter. Ich sollte mir jetzt Kamelop selbst ein Zeug legen, sonst gebe ich keine schlechte Figur ab. Ja, viel Erfolg dabei. Oh Gott. Ich sollte aufbrechen. Danke nochmal und bis bald, Tutu-san. Und danke, Misan. Überlege doch, ob du dich auch noch als Kamelop arbeiten willst. Die Rolle könnte besser zu dir passen, als du denkst. Ach, stimmt. Wohlkommen. Das Ganze schwitzt. Riecht doch komisch. Muss wohl in die Reinigung. Hm, weiß nicht, wie das passiert ist. Also hätte ich bloß diese Flyer verteilen müssen. Ja. Ähm. War das so? Dann sollte ich mich wohl lieber entschuldigen. Nein, nein. Bitte nicht. Es tut mir wirklich sehr leid. Ich hätte meinen Job besser erklären sollen. Ja, gib mich dann. Wow, du bist echt unglaublich. Ach ja? Du bist besser als jeder andere, wie anstrengend diese Kostüme zu tragen sind. Aber du hast da an jemanden verprügelt. Na ja, verprügelt ist ein großes Wort für das, was ich getan habe. Und ich kann Leuten nicht mal in dieser Aufmerkung in die Augen sehen. Ach, Minato-chan. Mir ist es einfach leid, immer so gehemmt zu sein. Ob ich jeweils mein Schneckenhaus verlassen kann? Ich will stärker werden, damit ich richtig an dieser Welt teilhaben kann. Und zwar als ich selbst. Klar, das kannst du. Hä? Beblick doch mal. Dir ist bereits bewusst, dass du dich ändern willst. Ein ziemlich großartiger Schritt. Oder vielleicht ein erster Schritt aus deinem Schneckenhaus. Nicht schlecht. Weißt du was? Vielleicht könnte ich dieses Kostüm kurz ablegen. Wirklich. Magami-san, würdest du diesen Moment mit mir teilen? Wäre meine Ehre. Du bist ziemlich fertig da drin aus. Hey, darin verbringt sie ein richtig hübsches Gesicht. Das hast du schon gesehen. Aha. Oh. Das reicht für heute. Ach, Minato, ich sterbe. Verstehe. Na, kleine Schritte. Genau. Im Kostüm sind eh keine größeren Schritte möglich. Ha! 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 Na ja, ähm, das ist für deine heutige Arbeit. Hm? Oh, das ist nicht dein gesamter Tageslohn? Das ist nicht wenig. Ja, ich meine, ich habe auch alles gemacht. Na, suche ein Eier. Ist schon gut. Bitte nehmen wir es. Achso, nee, sie hat ja vorher auch schon gearbeitet. Und ähm, würdest du mir weiterhelfen, bis ich dieses Kostüm ablegen kann? Und zwar endgültig? Genau. Oh, ich höre dich für einen weiteren Job an. Sie ist als Anzahlung. Anzahlung weh. Oh. Das ist also eine Sidequest-Line, die nochmal weitergehen wird. Das freut mich. Das ist sehr cool. Obwohl, wenn es mal nicht so läuft, wäre es verlockend, sich so im Kostüm zu verstecken. Also es wirkt, als wäre das eine Questline, die noch weitergehen wird. Auge des Drachen. Okay, cool. Nehme ich auch an. Gerne. I guess. Oh, Freundinnen. Oh, jetzt kommt es, jetzt kommt es. Ich meine, drei habe ich auch im Briefkasten schon gehabt, aber den Rest lernt man also doch weiterhin so kennen, so wie im ersten Teil. Was ich auf jeden Fall ein wesentlich besseres System finde, als das in Yakuza 7 zum Beispiel. In der Stadt triffst du auch viele verschiedene Frauen, doch nur ein paar von ihnen haben das Zeug dazu, deine Freundin zu werden. Sobald du deine Freundin gefunden hast, kannst du dich mit ihr unterhalten und sie auf ein Date einladen. Je mehr sie mit ihr interagieren, desto mehr öffnen sie sich dir. Dadurch kannst du spezielle Events mit deiner Freundin auslösen. Rede so auf wie möglich mit ihr und etwas ganz Besonderes könnte passieren, wenn ihr euch wirklich nahe kommt. Also vielleicht doch keine Questline, sondern das halt. Bin ich mal sehr gespannt, wie genau das dann funktioniert. Wir haben ja bisher auch noch keine Nachrichten oder so bekommen, oder? Ach doch, es gibt aber hier Nachrichten. Also wir könnten, äh, ja klar, wir haben ja auch ein paar zumindest schon bekommen. Ja, dann werden wir vielleicht wieder welche von ihr jetzt früher oder später bekommen. Im ersten Teil habe ich das ja wie alle optionalen Sachen nur so ein bisschen mehr kurz angeguckt. Wir können das ja wirklich mal dann mitverfolgen, eine Story bis zum Ende. Ähm, mal sehen von wem. Sie ist ja vielmehr schon mal sehr sympathisch, also, äh, ist cute. Und kann ungefähr genauso gut reden, wie ich in der Realität. Dementsprechend. Boah, das ist doch das Herz und schon für Karte. Ja, dementsprechend kann ich das gerne mal vielleicht mitverfolgen, aber... Ein bisschen warte ich wohl noch. Und schaue, was wir vielleicht sonst noch so für Leute kennenlernen. Vor allem, wenn wir noch drei einfach als DLC freigeschaltet haben, I guess. Ich weiß nicht, wie das dann funktionieren wird. Vielleicht gibt es die Sidecars von denen sonst auch, nur man kann die nicht als Freundin haben. Ich weiß es nicht. Na gut. Erstmal zurück zum Büro, wie wir es eigentlich vorhatten. Wie man das so warten muss, ist... Nein. Hast du ein Video geschickt bekommen? Oh, shit. Miko Shiba's murder ended up on the internet. It's going viral on all the social media sites. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Du hast es concernt. I didn't think... I didn't know he'd kill himself. I really didn't know. I swear I'll try to make it up to him somehow. I'll spend the rest of my life making up for it. Stop it. Stop it. What the hell? Stop it. Stop it. Stop it. Stop it. Immerhin hat es kurz weggeschnitten. Weiß nicht, ob ich das hätte sehen wollen. War so schlimm genug. Fuck. Bitte... Bitte was... Was zur Hölle?! Was?! Habe ich schonmal gesagt, dass mich Judgment an I, the Somnium Falls erinnert? Habe ich das schon mal gesagt? Das Video kann nicht fix sein, das wäre viel zu simpel. Vielleicht hat er auch immer einen Zwillingsbruder, also ich weiß wer, dass du das offensichtlich so und dümmste, wäre echt kacke, aber... Ja, das ist auch wieder so either, sondern falls einfach... Da gibt's genau die Szene quasi. Nicht genau so, bisschen anders, aber... Genau. Holy shit, holy shit. Das ist sehr cool. Bin sehr gespannt, was damit gemacht wird. Und ich habe auch bisher noch keine Erklärung dafür, aber ich dachte mir ja schon, dass es... Dass er einfach nur ein Alibi haben sollte und dass es deswegen gemacht hat, das mit dem Arsch grapschen. Viel zu simpel. Viel zu simpel. Da muss mehr hinter stecken noch, bisschen. Aber... Wow. Kapitel 5, doppelte Anklage. Ein Kätzchen. So, wir lagen wohl wirklich sehr falsch, wie er auch schon selbst gesagt hat, ne? Er hat niemand angehört, er hätte den Mord selbst begangen. Tatsächlich. Das ist schon mal so. Dann ist es so, wenn ich die Räume auf dem Weg mache. Also, das ist schon mal eine Verbreche. Das ist so, wenn ich die Räume auf dem Weg mache. Das ist so, wenn ich nicht mehr so lange auf dem Weg mache. Das ist so, wenn ich nicht mehr so lange auf dem Weg mache. Ja, genau das dachte ich nämlich auch, ob das möglich wäre. Gut, wann spielt das Spiel? Vielleicht konnten wir das wirklich unterscheiden bei dem US-Präsidenten, ob es so für echt ist oder nicht, was es so für absurde Scheiße sagt. Kann ich das, äh, ja, spielt in der Zukunft ein bisschen. Ja, gut, dann. Ja, aber es wäre halt langweilig, wenn es das wäre. Ja, aber ich denke, wir können das trotzdem als Beweis annehmen, auch weil das ein blöder Twist wäre. Das wäre wirklich ein blöder Twist, wenn wir sagen, ja, das war ein Fake-Video. Oh! 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 Ich denke mal, niemand hätte das gemacht, ohne dass sie die Spezifiken, wie Mikoshiba getötet hat. Von wie er auf die kleine Dinge wie das Blut auf dem Boden war, war alle letzte Details, wie die Detektivs beschrieben. Das ist ein guter Punkt. All diese Browsing hat wirklich einen Sinn auf den alten Pinky. Warum sollten die mal den Aufwand betreiben, dieses Video zu verbreiten? Was würde es nutzen? Öffentlicher Aufruhr? Behinderung der Ermittlungen? So, muss ich noch ein paar Befragungen anstellen. So, muss ich noch ein paar Befragungen anstellen. Du solltest Shirosaki-Sensei über das fragen. Ja, das war auch meine Meinung. Hm. Das ist sehr cool. Erinnert mich tatsächlich ein bisschen an die Sidequests, die wir das letzte Mal gemacht haben, ne? Ähm, wenn so die Theorie im Raum steht, dass es inszeniert wurde nur und dass es gar nicht der echte Mord war, den wir gerade gesehen haben. Die Sidequests von wegen, dass gleichzeitig in einem Café ein Überfall gefilmt wurde und einem anderen dann ein echter Überfall stattgefunden hat. Warum sollte man das an zwei Orten gleichzeitig drehen, ha? Keine Ahnung. Passt irgendwie dazu für dich. Eh, das passt halt nicht, ne? Das kann es halt auch nicht sein. Ja, das ist wohl die beste Idee gerade erst mal. Oh, hi! Ich habe ihn auch noch gar nicht gesehen, ne? Ja? Ja, das haben wir gesehen, deswegen sind wir hier. Mafuyu Fujii. Stimmt, die gab es ja auch noch. Mafuyu vertritt die Staatsanwaltschaft von Tokio und sie ist seit der Uni eng mit Saurisan befreundet. Zwei talentierte Juristinnen, die sich vor Gericht gegenüberstehen, die zwei haben schon einen Fanclub. Sie hören auch über Ahara? Natürlich. Ja. Ja. Das ist in total chaos gerade jetzt. Especially die höher-ups. Ja, das ist sicher. Oh, wow. Das stecken wir wohl auch dahinter mit. Deshalb haben sie mich hier, um auf meinen guten Freunds Salari zu beobachten. Sie sind in das auch? Ja. Sie ran into uns downstairs. Ich bin sicher, dass ich hier zu spüren Sie. Aber würden Sie gerne wissen, was wir auch zu tun haben? Sie sind sicher, das ist die einzige Motive, hierher zu kommen? Entschuldigung? Was, wie eine professionelle excuse zu sehen, Yagami-san? In Ihren Tränen? Ich wusste nicht, dass Yagami-kun involviert war bis jetzt. Okay. Ich will das jetzt. Für jetzt. Ich muss sagen, ich vermisse dieses kleine Banter. Nichts zu sagen. Unsere Offizie geht durch dieses Bild mit einem feinartigen Kohn. Das gesagt hat, sie haben bereits ihre Stanz entschieden. War da gerade ein Cut? Habe ich den... Habe da gerade ein Cut gesehen? Basisch, sie wollten es sehen, wie es war. Und bereits ausgedrückt. Huh? Nach dem Mord. Im Video. Vielleicht war es ein Leck. Ich meine... Vielleicht war es ein Leck. Ich meine ein... Frame, Dings, Happy War. Bis zum nächsten Mal. Oh, das ist... Genau. Das heißt, das Video ist nicht wirklich aufzuholen, das? Was hast du denn? Ich sage, die Prosecutionen glaube, das Video ist falsified. Special Effects, CGI, was auch immer, wir nicht kaufen. Huh. Furthermore, the prosecutor pushing that stance was the one who handled Ehara's trial. And that is? His name is Sadal Takano. He was the one gunning the hardest for Ehara the first time around, especially considering his officer status. He kept insisting justice be served, which got the public behind him rather quickly. He certainly looked the part of the people's prosecutor grilling Ehara in court. So what you're saying is, Takano could never accept anything but Ehara's original sentence. Since this footage of the murder contradicts that finding, he just thinks it's a sham. Yes. And, see that? That a fair trial result can't be challenged by some video on the internet. Well, who could honestly trust a system that changes its mind so easily? Both the prosecutor's office and the court are beholden to the cases, Takano-kun presented it. But that's just sweeping the issue under the rug. It has a domino effect too. The police are beholden to the verdict we got, so their hands are tied. This applies to both Tokyo and Kanagawa. Really? Why's that? Supposedly, they don't want to get involved with Ehara until they're sure the video is real. If they come in with a list of questions about the murder, it'll show that doubt's being cast on the original ruling. Yeah, but no one can prove that the video's real. Right. There's no way to verify the legitimacy of an untraceable video. But if the police aren't allowed to see Ehara, he'll never even become a suspect in the murder. That means he's untouchable. Exactly. None of the detectives are happy about that. Especially down in Kanagawa. Their job is to bring in a suspect. But their leads are all ending up at the same dead end. A murder, the murder, the murder, the murder, the murder, is completely absurd. Until recently, people are lining up to bring a heart to justice. Yet somehow, his involvement in a murder totally derailed that. Don't be so surprised. No cop would ever want to undermine a ruling based on their own findings. Anyone who wants to go against the grain is gonna need hard evidence on their side. So, the case goes cold. All to save face for the court and the prosecution. If Ehara really did commit murder, it'll have been the perfect crime. This debacle only serves as proof. True. It would turn the trial into a farce. There's no way we're letting this go. But wouldn't challenging this mean going up against the entire system? Yeah. That's scary, yeah? Not at all. In fact, I was just thinking, we're the only ones who could take a case like this. Ha! That's the crazy kid. We've been writing out Bahara as a convicted sexual predator. But it's looking more and more likely the court played right into his hand. As for me, I'm done being played for a fool. Then you've heard what I came to say. And with that, I will be on my way. But if you need help, just ask. I think we're good for now, but thanks. That did clear up a lot. No problem. See ya. Ciao. Ciao. Ja, der ganze Fall ist gerade nochmal dreimal so interessant geworden. Ja, ja, sie ist cute. Ist in Ordnung. Ist okay, ist annehmbar. Möchte ich behaupten. uder какой? Ich weiß, was er denn? Ich bin sogar verbund. Ich weiß, wie er das ist. Oh, Moment. Ist aus Ihara's prison. Wow. Gingoshen? Hello? Ja, das ist Shirosaki. Ja, ich kann präsentieren. Ist prison? Ist er jetzt tot? Na, okay, dann werden wir jetzt schon schockierter, also will er mit uns reden? Aha. Haben sie erklärt, dann wird das wohl doch nichts mehr. Oh, Kako, wie ist das überhaupt möglich? Ich denke, das Veranstaltungen der Veranstaltungen wurde auch in advance geöffnet. Das oder Ahara's conspirators haben ihn zu stellen. Wie könnte er sich er wieder zu sehen, dass er so schnell wiedersehen? Ich sehe beide dieser Situation machen. Aber nur jemand von der Forst kann man den Insider-Informationen einfach so machen. Ja, das ist ein Veranstaltungen, ey, Tark? Whatever es ist, ist es schrecklich unsere Pläne. Ja, die Timing könnten nicht mehr gewesen sein. Jetzt was wir, was müssen wir tun? Komm, da sind viele Leads, die nicht mit Grillingen der Veranstaltungen. Ja? Ich möchte sie hören. Wenn es ich wäre, würde ich beginnen mit Saori-Kun. Okay. The first thing I want to learn is whether Ahara is really the murderer in this footage. Given the entire sexual battery incident as an Alibi, there is no way he could have murdered Mikoshiba. However, this new footage knocks the bottom out of that premise. Right. Either his Alibi or the murder footage. One of the two has been fabricated. Die sexual Belästigung oder der Mord, woran zweifeln wir aktuell mehr? Was denn beides echt ist? Ja, das wäre der interessanteste Fall halt, ne? Aber wie? Das wäre halt meine Behoffnung. We should revisit the harassment case. When the sentence came down in court, no one expected it to end up as a murder alibi. Plus, everyone suspected Ahara was working alone. He may have not been. All this makes a huge difference. No one would suspect a train groping to involve accomplices or alibis. The search for evidence wouldn't be as intense as for a murder. But the entire incident was caught on camera, top to bottom. There's more than enough physical evidence, too. Then we'll need to verify each and every aspect of the case. Das Problem ist halt die... Ja, Kameraufnahmen können ja nicht mal gefälscht sein. Ich stelle mir nicht von ihm oder sonst wem. Wir sollten den Fall genau untersuchen. Auf welchem Beweis du gründet Aharas falsches Alibi? Sehr gute Frage. Ja, das ist das Überwachungsvideo. Da sieht man halt auch nicht viel von seinem Gesicht. Hier sieht man schon das meiste ja doch. Das ist ein Handyvideo von einem Augenzeugen. Da sieht man ihn sehr gut drauf. Aber... Scheiße. Wir haben so viele Sachen hier. Was ist das denn noch? Aharas Fahrkarte. Die Akihiro Ihara gehört. Das Pendanticket verzeichnet automatisch die Uhrzeit, zu der man einen Bannok betritt. Über eine Stunde vor der sexuellen Belästigung. Na ja, die Hände. Woher die Fasern der Unterwäsche einfach... Keine Ahnung. Geht das wirklich? Macht man sowas wirklich? Bleiben wir wirklich Fasern an der Hand zurück, die man noch nachweisen kann? So sehr? So eindeutig? Finde ich ein bisschen krass. Wenn das so ist. Ich würde mir das ganze Video gerne nochmal angucken eigentlich gerade, aber dazu kommt's wohl nicht. Ich bin mir der Überzeugung, dass ich da einen Schnitt gesehen habe, aber wie gesagt, das kann einfach nur so ausgesehen haben. Das wäre mir eigentlich auch beim ersten Mal, glaube ich, aufgefallen. Wenn er wirklich da gewesen wäre und auch was bedeuten sollte. Ich weiß halt wirklich nicht, was sie gerade verwenden sollen hier. Was soll an dem Beweisen faul sein? Das kann nicht fake sein. Das kann alles ja nicht fake sein oder so. Das kann, wenn dann noch fake sein. Das ist ein Handy-Video. Neun Uhr zwölf. Hey, probieren wir's auch mal. Wir sollten nicht genau untersuchen. Okay, okay, wir können also prinzipiell alles durchgehen. Wir können zu allem Fragen stellen. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich mich noch gefragt habe. Ja, das Part natürlich passt halt zu den Kameraaufnahmen, deswegen ist das ja alles zu fragwürdig. Also, es geht damit ab. Das Part ist immer noch zu mir gekommen. Die Trace-Fibre, die auf Ehara getätigt haben, matchen die Fibre des Unternehmens. Ja, gut, das ist wohl ein Punkt. Ja, gut, ich frage Kenui, ja? Die Fibre, die Fibre des Unternehmens, fühlte sich ein Fibre des Unternehmens, gleich als die Fibre des Unternehmens begann. Sie sagte, sie hat ihre 6-Minute-Ride in Shinjuku, in shock und revulschung. Können Sie die Fibre des Unternehmens für mich? Sie ist eine Arbeitgeber, mit einer Industrie-Designerin. Sie hat auch ein 6-jähriger Kind. Full name, Yui Mamiya. 30 Jahre alt. Eine Frau und Mutter. Ich frage mich halt, ob die noch irgendwie relevanter wird. Ja, das wäre eine Idee. Wirklich? Das war richtig? Das ist nicht super. Als die Fibre des Unternehmens, glaube ich, wir werden einen heißen Willkommen bekommen. Das ist ziemlich standard für uns, hätte ich gesagt. Niemand schlägt den roten Karpett für einen Detektiv, richtig? Ja. Sag, Kaito-san. Sieht, wie wir ein bisschen freie Zeit haben. Also, sagen wir, wir holen ein bisschen Essen. Jetzt, dass du es erwähnt hast, ich bin Hunger. Ja, dann tun wir das erstmal. Klar. Ist auch wichtig. Ja. Ich habe halt, wie gesagt, das Gefühl, dass sie schon spezifisch auch vielleicht getargetet wurde von ihm. Aus irgendeinem Grund. Aber ich weiß es auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich sage es nur so. Ach ja, jetzt haben wir natürlich auch noch die ganzen Sachen mit dem komischen Hostess-Club-Typen, der verschwunden ist. Also, es gibt auch schon noch ganz schön viele Plotstränge, die ich noch gar nicht mit dem Hauptfall verbinden kann. Boah, das ist ja eigentlich sehr krass aus, der da rumgehockt hat. Same Loser von gestern. Ich glaube, sie wollen das Ziel erreichen. Looks like they rounded up some buddies and waited for us to show. Well, whatever the hell they want. Let's not get Ginda-Sensei and them involved. Follow me. Okay. Ich hoffe, die werden hinterherkommen, wenn sie unbedingt was von uns wollen, ha? Wir können uns auch hier hinten irgendwo prügeln. Hier sind die ganzen Love-Hotels. Ich glaube, ich habe heute schon wieder eins von diesen Eichhörnchen an der Wand gesehen. Ja, genau da. Noch ein Eichhörnchen mit einem Walkie-Talkie. Die zwei. Das heißt, wir gehen bloß auf sich. Oh, wow. Versuch was wohl wert, ha? Was wollt ihr denn, mein Gott? Haben wir doch nichts getan. Klingt das nichts Ernsthaftes? Behaupte ich. So, das wollte ich machen. Komm schon. Ich finde, die sind eigentlich immer noch am Befriedigsten, muss ich sagen. Einfach nur so gegen kleine Gegnergruppen kämpfen, die einfach alle durch die Gegend fliegen. Und ich fliege auch durch die Gegend, aber im positiven Sinne, weil ich angreife und kann nicht auf dem Boden rum und chillt. Das fühlt sich gut an. So, war es das? Ne, ne? Ich glaube nicht. Wollen wir uns dann noch viel mehr verfolgt haben. Sondern wirklich große Gruppen, ein ganzer Haufen von denen. Nein, das war mehr als einer, glaube ich. Ich bin noch nicht aus den Bäumen. Ich glaube, die hauen schon erst mal ab. Das wohl wahr. Aber. Ich weiß trotzdem nicht, ob die gerne involvieren will. Ach ja, die Polizeimechanik ist auch aus dem Teil weg, ne? Die gab es ja auch im ersten Teil noch, dass man, wenn man zu lange gekämpft hat, von der Polizei verfolgt wurde. Ich glaube, dass der Plan war, dass wir uns in Wagen kommen. Ich habe es nicht mit diesem Scheiß gehabt. Ja. In diesem Fall werden wir nicht mit Sarri-San und den anderen treffen. Ich würde nicht wollen, sie in das zu verbringen. Ich habe es nicht mit Archeid zu verbringen, was ich nicht mit Archeid zu verbringen. Also, warum nicht Archeid zu verbringen? Ja? Warum nicht? Soma und Akutsu sind am Anfang, und sie wahrscheinlich erinnern uns. Ich würde nur fragen, dass sie richtig gut machen können, um ihre Brühe zu halten. Nichtsdestotrotz, wenn sie immer mit Archeid zu verbringen, was sie verdient. Ich bin gut mit einem Haus-Kal. Ich habe es nicht mit dem Haus-Kal. Ja, ein Club in der Brühe des Theater-Square. Es war Archeid zu verbringen. Heute höre ich, dass sie von der ganzen Welt verletzten. Ich meine, ich bin ein bisschen interessiert. irgendwie weiterbringt. Ob die uns dann in Ruhe lassen, erstmal. Diese ganzen riesigen Gegnergruppen. Boah, wird es spannend. Boah, wird der Hauptfall spannend. Ich weiß nicht, wie ich in diesem Spiel Fun- und Team-Quest machen soll, wenn die Hauptsache so gut ist, dass ich einfach wissen will, wie es weitergeht. Das ist kritisch. Das ist wirklich kritisch. Lasst gerne in den Kommentar da und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.